Psychisch erkrankte Kinder und Jugendliche, viel zu wenige Therapieplätze in Baden-Württemberg. Und sind wir mal ehrlich, in anderen Bundesländern sieht das nicht anders aus. Diejenigen, die von Anfang an kritisch gegenüber den Maßnahmen waren, vor allem die Maßnahmen gegen die Kinder und Jugendliche, und ich bin einer davon von Anfang an gewesen, die haben es im Nachhinein vielleicht einfach, hey, jetzt können wir zwei Jahre lang reflektieren und haben Zahlen, Daten, Fakten und die Kinder waren ja nie Pandemietreiber. Nein, das wussten wir von Anfang an, Leute. Von Anfang an war klar, dass die Kinder diese Krankheit locker wegstecken. Und jeder, der was anderes behauptet, sorry, dann habt ihr keine Ahnung, das zeigen nämlich die Zahlen, Daten, Fakten. Schaut doch einfach mal auf die Todeszahlen, Leute. Und ja, auch diese dumme Aussage, die könnten ja andere infizieren. Ja, soll man sie jetzt zwar immer wegstecken? Und wenn man das tut, beziehungsweise man hat es ja gemacht, das ist jetzt die Antwort darauf. Das ist eben die logische Schlussfolgerung, dass die Kinder einen an der Waffel haben. Und deshalb sind eben auch die Psychiatrien voll und es wird ja nicht besser, weil anstatt man jetzt mal über diese Probleme redet und einfach zeigt, hey, das haben die Maßnahmen eben auch mitgebracht. Nein, was macht man stattdessen? Man kehrt das Ganze unter den Teppich und macht da weiter, wo man aufgehört hat. Nämlich man warnt vor dem nächsten Herbst und man braucht ja schon wieder Maßnahmen. Und ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich bin jetzt zweifacher Vater. Ich habe keine Lust auf das. Ich habe keine Lust, dass meine Kinder einen Schaden davon tragen. Ich habe meine Kinder so weit wie möglich von diesem ganzen Dilemma ferngehalten und ich hoffe, dass ihr das auch gemacht habt, weil es war möglich. Ich bin das beste Beispiel. Meine Kinder haben keinen Schaden. Aber die Eltern, die das eben nicht gemacht haben, hm. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob ihr mir leidtut, weil was seid ihr für Eltern, wenn ihr es toleriert, dass euer Kind eingesperrt wird und einen psychischen Schaden davon trägt. Sorry, da seid ihr für verantwortlich. Ihr seid die Erziehungsberechtigten und ihr seid verantwortlich für euer Kind. Und wer jetzt noch mitmacht, obwohl das alles auf dem Tisch liegt, man nach zwei Jahren merkt, wohin uns diese ganzen Maßnahmen geführt haben, vor allem unsere Kinder und Jugendliche. Sorry, dem ist wirklich nicht mehr zu helfen. Und der hat es nicht anders verdient. Denn der Herbst und der Winter kommen und wir haben ja diese Politiker gehört, dass es eigentlich da weitergeht, wo wir Herbst 2021 aufgehört haben. Und wer da noch mitmacht, sorry, der ist ein Teil des Problems und ist dafür verantwortlich, dass es nächstes Jahr und übernächstes Jahr noch schlimmer aussieht als aktuell. Und statt sich dem wirklichen Problem dieser verstörten Kinder zu widmen und alles dafür zu tun, dass diese nächste Generation vielleicht doch noch richtig und normal aufwächst und keinen psychischen Schaden davon trägt. Nein, was macht man stattdessen? Man nimmt billig in Kauf, dass die Situation noch schlimmer wird, weil man eben die Maßnahmen im Herbst und im Winter wiederholt. Punkt aus Ende, Leute. Ihr seid mitverantwortlich. Ihr tragt eine Mitschuld, wenn ihr bei diesem Thema weitermacht. Das ist meine Message und ich kann es einfach nicht mehr verstehen. Haut rein, Leute. Punkt aus Ende. Untertitelung des ZDF, 2020